Hallo und herzlich willkommen! Bisher habt ihr hauptsächlich meine Stimme immer nur gehört, wenn ich Videos synchronisiert habe oder Textartikel als Video besprochen habe. Und jetzt möchte ich euch einfach mal mich ein bisschen vorstellen, mein Background, damit ihr wisst, wer hinter der Chiemsee-Fee eigentlich so steht. Mein Name ist eben Astrid Gerda Schmidt, ich wohne am Chiemsee, deswegen heißt ja auch mein Kanal Chiemsee-Fee und ich bin zu dieser ganzen Thematik, die momentan so aktuell ist, schon Anfang der 90er bin ich schon darauf gestoßen. Ich möchte mich jetzt gar nicht in Einzelheiten hier in Themenbereiche reingeben. Mir geht es eher um ein bisschen was anderes. Aber das werdet ihr gleich noch feststellen. Und zwar hatte ich damals mehrere Bücher gelesen und bin dann auf Sachen gestoßen, die jetzt so langsam ans Tageslicht kommen. Also ich habe mich die letzten 20 Jahre etwas zurückgehalten mit vielen Themen, habe über viele Themen nicht mit vielen Leuten gesprochen, weil die mich glaube ich alle ein bisschen für verrückt erklärt hätten. Also noch verrückter, als ich ja eh schon bin. In deren Augen. Denn mein Lebensweg ist alles andere als gewöhnlich mit meinen vielen Berufen, die ich auch schon gemacht habe und Leidenschaften, die ich hege und pflege und die halt nicht so in Schubladen reinpassen. Für mich gibt es halt weniger entweder oder, sondern mehr sowohl als auch. Ja und diese Themen haben mich begleitet eben immer und für mich hat sich dadurch ein Weltbild ergeben, das ich jetzt wie so ein Puzzle beschreiben möchte. Ich habe also vor meinem geistigen inneren Auge ein großes Bild. Und was jetzt so auf dieser Welt alles geschieht, das sehe ich dann so, wie wenn Puzzleteile sich finden. Und die fühlen sich dann manchmal für gut und richtig an. Das sind dann die Teile, wo so mein Herz aufgeht, wo ich sage, ja das ist stimmig, das passt zu dem, was ich sonst schon so auf meinem Bild alles für Teilchen habe. Dann kann ich das dort reinsetzen. Dann kommen Teile auf mich zu, Informationen eben, die überhaupt nicht stimmig sind, auch Menschen, die nicht stimmig sind, Situationen, die nicht stimmig sind, wo eher mein Herz, mein Gefühl zu macht, wo ich immer sage, ne, also da passt was nicht. Die lege ich auf die Seite und dann gibt es noch diese Teile, die kommen im Moment, für die habe ich gar kein Gefühl. Also die fühlen sich weder richtig an, noch falsch. Die lege ich auch auf die Seite, einfach in so eine Warteposition rein, dass ich sage, okay, da warte ich jetzt mal ab, was kommen da noch für Informationen. Und manchmal ergibt sich es dann, ha, da ist jetzt was, das passt zu dem, nehme ich das wieder, stelle es in mein Bild rein. Woher sehe ich jetzt nun, ob mein Bild stimmt oder nicht stimmt? Ja, hundertprozentig kann ich es natürlich auch nicht sagen. Ich sehe halt nur, dass das, was sich vor allem jetzt in den letzten Jahren so ereignet hat, alles in mein Bild reinpasst. Und es fühlt sich gut an, es fühlt sich stimmig an. Allerdings versuche ich immer noch, meinen Blick möglichst in verschiedene Richtungen zu halten, also mich nicht zu verrennen. Ich bin auch niemand, der irgendetwas folgt oder jemandem folgt oder sich einer Partei anschließen würde oder einer Gruppe anschließt. Das habe ich mein Leben lang noch nicht gehabt. Ich war auch noch nie der Klickenmensch. Ich war noch nie Bestandteil, fixer Bestandteil einer Clique. Ich bin immer mal bei denen reingesprungen, bei denen reingesprungen. Ich fand das immer viel spannender, weil dadurch habe ich natürlich viel mehr erfahren, als wie wenn ich immer mich im gleichen Kreis bewegt hätte. Also das war sowieso noch nie meins. Ich war da schon immer so ein bisschen der Einzelgänger oder der Außenseiter, wie man es halt benennen möchte. Und jetzt ist es eben genauso wieder, ich bleibe bei mir. Ich teile zum Beispiel auf meinem Telegram-Kanal die Sachen, die ich von anderen Kanälen sehe und wo ich sage, okay, die sind für mich stimmig. Es gibt auch ein paar Kanäle, die mag ich sehr gerne, die teile ich sehr oft auch sogar schon mal ungehört. Also da schaue ich in die Videos gar nicht erst rein, weil ich einfach sage, okay, bis jetzt waren die alle gut und ich habe nicht immer die Zeit, leider mich alle Videos komplett anzuschauen. Genauso wie ich leider keine Zeit habe, alle E-Mails, die ich jetzt bekomme, zu reagieren. Die Kommentare sind ja eh schon ausgeschaltet, dann würde ich überhaupt nicht mehr dazu kommen. Also bitte verzeiht mir, wenn meine Antworten manchmal etwas länger dauern. Es ist nicht böse gemeint, aber es ist so viel oft. Dann möchte ich ja nebenbei noch, habe ich Videos in der Pipeline sozusagen zu übersetzen und dann komme ich wieder nicht dazu. Ja, also ihr erkennt ihr das auch. Also da kommt, der Tag ist dann wieder vergangen und ich habe also nichts Produktives eigentlich getan. Gut, also was ich euch sagen möchte ist, für mich, was in dieser Zeit wichtig ist, ist eben, dass ihr den Weg zu euch selber findet. Dass ihr mal weg von dem ganzen Äußeren kommt. Dazu bietet sich die Zeit ja gut an oder hat sich gut angeboten. Je nachdem jetzt, wann ihr das Video anschaut, inwieweit der Lockdown schon weg ist oder inwieweit er noch da ist, kommt es darauf an. Aber auf jeden Fall hat man die Zeit gut nutzen können, sich von diesem ganzen Äußeren mal ein bisschen zu distanzieren und mehr zu sich selber wieder zu finden. Denn nur derjenige, der in seiner Mitte, in seiner Kraft ist, der nicht mehr abhängig ist von diesen ganzen äußeren Bestätigungen, der sich selber loben kann und es Lob annehmen kann, der selber weiß, wo seine Fähigkeiten und Stärken sind, der spürt das auch mehr. Der spürt auch mehr, ob eine Information gut und richtig für ihn ist oder ob sie eher auf Ablehnung stößt. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man wirklich sich selber mal überprüft. Wo steht man denn selber? Wie gut ist man geerdet? Und auf der anderen Seite, wie gut ist die Anbindung zur geistigen Welt, also zum höheren Selbst, zur Göttlichkeit, zum Universum, wie immer man es auch nennen möchte. Denn wenn ich da in der Mitte drin bin, eine gute Erdung habe und eine gute Anbindung nach oben habe, dann habe ich eigentlich die besten Voraussetzungen, dass ich in meinem Gefühl bin und weiß eigentlich für mich immer, was ist für mich richtig und was ist nicht richtig. Das ist dann auch bei den Entscheidungen. Ein Mensch, der in seiner Mitte ist, der sich spürt, der weiß auch sofort, geht es nach links oder nach rechts. Auch bei schwierigen Entscheidungen tue ich mir da nie schwer. Immer links, rechts, passt schon, weil ich spüre es einfach. Wo zieht es mich hin? Ich muss da nicht lange überlegen und ich müsste auch nicht lange fragen jemand anderen, was meinst du oder so, sondern ich spüre für mich ganz klar, wo mein Weg hingeht. Und es geht ja um meinen Weg, also nicht um den Weg von meinem Nachbarn oder von meiner Freundin. Die hat ja ganz andere Erfahrungswerte und die hat dann ganz andere Aufgaben vielleicht in diesem Leben und die muss vielleicht ganz andere Sachen bewerkstelligen und hinter sich bringen wie ich. Also deswegen, ich muss ja bei mir bleiben. Es geht um mich. Und ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und das gilt für euch alle. Jeder von euch, der darf sich auf die Stirn schreiben, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und dann kommen die Kinder und dann kommt die Familie. Aber erst einmal kommst du. Weil, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du dir auch nicht für andere sorgen. Und so sehe ich das eben. Und so ist es im ganzen Leben so. Erst muss es mir gut gehen, dann kann ich für die anderen sorgen. Also mir geht es mal schlecht, dann sorgen die anderen für mich im besten Fall, wenn ich dann welche habe. Das ist dann optimal. Aber so läuft es in der ganzen Natur ab. Überall, in jeder Herde, in jedem sozialen Umfeld ist es so, dass füreinander gesorgt wird. Aber jeder auch für sich sorgen muss, dass immer schauen muss, dass es mir auch gut geht. Und das finde ich halt wichtig. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist eben Selbstliebe. Das ist Respekt vor sich selber. Das ist Achtung vor sich selbst und seinen Bedürfnissen. Und das finde ich, das ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, gerade in dieser Zeit, dass wir mal schauen, wer sind wir denn eigentlich? Und was sind wir eigentlich? Und ich sage immer, wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und uns kann eigentlich im Grunde genommen in diesem Leben gar nichts wirklich passieren. Alles, was uns an Angst und so weiter zugetragen wird und vor was wir alles Angst haben, kommt immer von außen auf uns zu. Und hat meistens einen manipulativen Hintergrund auch da drin. Ja gut, also aber das muss ja jeder für sich so entscheiden, wenn wir das für sich als richtig empfindet. Ich für mich sage einfach, ich versuche möglichst viel auch in der Stille zu sein, viel selber nachzuspüren, was ist für mich gut und was ist für mich richtig und mich niemanden eben anzuhängen. Denn ich merke auch schon wieder, ich habe ja auch meinen Telegram-Kanal, verfolge viele Kanäle und merke dort auch, dass es auch dort schon wieder Hierarchie-Kämpfe gibt. Und wer postet das Schnellere, Bessere? Wer hat die besseren Kontakte? Wer war der Erste? Und irgendwie geht es dabei schon wieder um diese ganze Ego-Geschichte. Ja, ich, ich, ich. Und anstatt, dass es um die Sache geht, anstatt dass jeder, der jetzt an der Sache arbeitet, jeder, der darum geht, dass wir jetzt in diesem Wandel, der jetzt also für mich zweifellos stattfindet, und zwar auf verschiedensten Ebenen, also auch auf verschiedenen Bewusstseinsebenen stattfindet, dass dieser Wandel für viele Leute ja möglichst gut vorangeht, dass viele Leute diesen Wandel mitgehen können, dass es eine bessere Welt gibt, dass diese ganzen Machtkämpfe, diese ganzen Darstellungen im Außen, dieses ganze Schein, Sein, dass das eigentlich eine alte Energie ist, dass das zum alten System dazugehört. Beim neuen System eigentlich soll es ja darum gehen, soweit ich das zumindest verstanden habe, dass es in der Welt eine gerechtere Verteilung von allem gibt, also von allen Gütern, dass es keine hungernden Menschen mehr auf dieser Welt geben muss und keine Menschen mehr, die leiden müssen. Aber dazu zählt natürlich dann auch für mich, okay, dann muss ich aber auch hier aus dem Herzen aufmachen. Ich muss hier meine Herzenergie aussenden und sollte halt nicht mehr in diesen alten Strukturen so festhängen und einfach sagen, ja, ich bin der Erste, der was weiß ich entdeckt hat und nur bei mir bekommt ihr die originalen Informationen und alle anderen sind alles Nachahmer und so weiter. Diejenigen, die so denken, die sollten mal überprüfen, ob das wirklich noch das ist, was in der Zukunft vertretbar ist. Also ich denke, eben nicht. Ich denke, es geht in ein Zeitalter, in eine neue Welt, die wir uns vielleicht im Einzelnen noch gar nicht so vorstellen können. Also ich bin überzeugt davon, dass sie gut wird, dass sie wunderbar wird, viel, viel besser als das, was wir bis jetzt gehabt haben. Aber ich denke, dass jeder die Aufgabe hat, ganz aktiv selber für sich mal darüber nachzudenken, was er zu dieser Welt, zu dieser neuen Welt beitragen möchte, wie er in diese neue Welt starten möchte, was für Potenziale er von sich dort einbringen möchte. Denn ich denke, darum geht es in der Zukunft, dass wir alle miteinander in die gleiche Richtung schauen und dass wir füreinander da sind und dass dieses höher, schneller, weiter, dieses Leistungsdenken der Vergangenheit angehört. Weil wir sehen ja, wohin bringt uns dieses Leistungsdenken? Woher bringt uns dieser Leistungsdruck? Der macht krank. Ja, und irgendwann geht es halt einmal nicht mehr weiter. Irgendwann gibt es halt auch mal eine Phase des Stillstands. Es kann nicht immer höher, weiter, schneller gehen. Es funktioniert einfach nicht. Und ich denke, dazu sind wir aber auch nicht da. Vielleicht sollten wir uns daran wieder erinnern, dass wir auf einer Ebene, und zwar auf der Seelenebene oder Herzensebene, alle miteinander verbunden sind und wir auf dieser Welt alle im gleichen Boot sitzen. Ja, genau. So würde ich es jetzt beschreiben. So fühlt es sich für mich zumindest richtig an. Ja, und daher empfehle ich euch auch nicht irgendetwas oder jemandem zu folgen, sondern immer selber zu überprüfen. Jede Information, jede Nachricht, die ihr bekommt, ob sie auch für euch, für euer Bild, für euch stimmig ist. Ich empfehle euch aber gleichzeitig, macht euch auf. Und zwar hier im Gedanken. Nimmt die Scheuklappen weg. Macht euer Herz auf. Lasst auch die Informationen, die ihr vielleicht momentan für noch absolut unglaubwürdig haltet. Wo ihr noch sagt, na, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Na, dass das stimmt. Ach, okay, die spinnen ja alle und so. Versucht mal aus dieser Wertung rauszugehen und lasst eine Information einfach als solche stehen, was sie ist zu dem Zeitpunkt. Nämlich nur eine Information. Und verurteilt die anderen nicht, die anders denken oder so. Lasst sie einfach dort. Missionieren funktioniert einfach nicht. Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Im Gegenteil, es reißt ab. Und so ist es halt auch. Ich kann Menschen nur Informationen anbieten. Was sie davon nehmen und was sie daraus machen, das ist nicht in meiner Verantwortung. Das obliegt jedem selber. Und das ist es auch das Wichtige, dass wir in die Selbstverantwortung auch zurückkommen und einfach sagen, okay, was ist für mich stimmig? Was passt für mich? Was nicht für mich passt, kann ich doch auf die Seite stellen. Ich muss es deswegen doch nicht verurteilen oder muss den Menschen, der anders denkt, verurteilen. Sondern ich lasse es einfach mal stehen. Weil vielleicht kommt ja noch irgendwas dazu. Und vielleicht sage auch ich morgen über irgendetwas, was ich heute noch so oder so sehe, vielleicht sehe ich es morgen ganz anders, weil irgendetwas in der Zwischenzeit passiert ist, was mich zum Umdenken gebracht hat. Und so geht es uns doch alle. Wir können nur das glauben, was wir glauben wollen. Und wir glauben es so lange, bis wir vom Gegenteil überzeugt werden. Nicht überredet werden, sondern bis irgendwas in unserem Leben passiert ist, was den Ausschlag gegeben hat, hey, jetzt müssen wir umdenken. Bei vielen ist es zum Beispiel Krankheiten, Schicksalsschläge. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich mit den tieferen Ursachen von Krankheiten zu beschäftigen. Weil dann sehe ich ganz genau, warum ich mir eine bestimmte Krankheit ins Leben geholt habe und was mir mein Körper damit erzählen möchte. Weil er will mir ja was sagen damit. Aber ich muss halt auch hinschauen wollen. Wenn ich natürlich nur sage, na okay, ich gehe den leichtesten Weg, ich nehme eine Pille oder Tablette, OP oder sonst irgendwas. Dann werde ich nicht auf die Ursache schauen. Und dann wird mein Körper sicher in seiner eigenen Sprache andere Argumente finden, um mich zum Umdenken zu bringen. Und so ist es, denke ich, mit allem im Leben. Und jeder ist auf seinem Weg, genau dort, wo er jetzt steht, genau richtig. Und jeder wächst in seinem Tempo und in seinem Rhythmus. Und dazu hat er auch jedes Recht dazu. Und wir haben kein Recht, uns darüber lustig zu machen oder zu werten. Auch wenn natürlich immer oft gesagt wird, ja, die Schlafschafe und so. Ich finde es ja immer eigentlich niedlich schlafscharf. Aber viele nehmen es natürlich negativ auf. Aber ich denke einfach mal so, wir sind natürlich sehr konditioniert. Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, welche Ausbildung wir hatten, welches Umfeld wir hatten. Und wir sind oft ganz, ganz starr in irgendwelchen Mustern drinnen. Und es ist nicht leicht, daraus zu kommen. Und ich denke, jeder darf das in seinem Tempo und in seiner Geschwindigkeit tun. Was ich nur appellieren kann an jeden ist, sich wirklich aktiv in alle möglichen Richtungen zu informieren. Vorteilsfrei, wertfrei. Einfach sich informieren. Und die Sachen, die für mich jetzt noch nicht stimmig sind oder die ich noch nicht verstehe oder die ich nicht annehmen kann, dann lasse ich sie doch einfach stehen. Ist doch gut. Aber wir wollen alle, denke ich, etwas verändern und wir wollen alle in eine Zukunft gehen, in der es weniger Leid gibt, in der es weniger Krankheit gibt, in der es weniger Sorgen und Ängste gibt, in der es uns besser geht. Und ich denke, das ist das, was jeder Mensch möchte. Und eine Zukunft vielleicht auch, in der es jedem wieder möglich ist, die Tätigkeiten auszuüben, für die er auch Talente mitbringt, die ihn begeistern und die er auch gerne macht. Weil das Idealste ist doch heute, wenn ich einen Job habe oder was beruflich mache, was mir auch Spaß macht. Dann besser geht es überhaupt nicht. Denn ich glaube, wir Menschen sind nicht dazu da, nur auf der faulen Haut zu liegen und gar nichts zu tun. Denn wir brauchen ja irgendwo unsere eigenen Erfolgserlebnisse, unsere eigenen Bestätigungen. Ich meine nicht unbedingt von außen, von denen rede ich gar nicht. Sondern wo wir selber unser Gefühl haben, oh ja, ich bin hier, mein Leben macht einen Sinn hier auf der Erde. Ich bin für irgendwas da, ich stehe für irgendetwas. Und deswegen habe ich auch keine Angst, dass wenn, sollten wir ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, habe ich keine Angst, dass irgendwelche Leute dann geben, ah, die sind nur faul, die ich arbeite hier und die nicht. Genau dieses Denken, das meine ich, das sollte mal aufhören. Sondern es wäre doch schön, wenn jeder in seinem Existenziellen gesichert ist und dann sich so verwirklichen kann und sich so in die Gesellschaft einbringen kann, so wie es für ihn richtig ist und gut ist. Und ich denke, es wird vielleicht ein paar geben, aber nicht viele, die wirklich rein gar nichts tun. Davor habe ich überhaupt keine Angst oder Bedenken darüber. Sondern schön wäre es, wenn jeder sich mit seinen Fähigkeiten, seinen Talenten in die Gesellschaft einbringen kann. Und ich denke, das ist der Weg, wo wir gemeinsam uns fokussieren sollten. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Also das, auf was ich mich fokussiere, trägt zu einem kollektiven Gedankenwelt bei. Also je mehr Menschen auf der Welt sich in die gleiche Richtung fokussieren, desto mehr passiert auch in diese Richtung. Was auf der anderen Seite natürlich auch dann zeigt, warum uns so viel Angst gemacht wird. Weil diejenigen, die uns natürlich steuern und manipulieren wollen, die arbeiten natürlich genau mit dieser Angst. Also können wir aus dieser Angst rausgehen, suchen uns einfach ein Ziel, was für alle Menschen auf der Welt erstrebenswert ist. Und ich denke, das ist Frieden, Liebe, in die Grundbedürfnisse versorgt zu sein. Ja, ein sorgenfreies, angenehmes, schönes Leben zu führen. Im Gleichklang, im Einvernehmen natürlich mit allen anderen Wesen. Mutter Natur, Mutter Erde, den Tieren, allen Wesenheiten. Und ich denke, das ist ein gutes Ziel, zumindest mein Ziel, wo ich mich darauf fokussiere. Und ich versuche dazu beizutragen, so wie es mir halt möglich ist, den Beitrag zu leisten, wie es mir möglich ist. Und das wünsche ich mir für alle, ohne Ellbogen auszufahren und so wieder zu sagen, ja, ich bin der Bessere, der Schnellere oder sonst irgendwas. Sondern wirklich versuchen, gleichzuziehen. Und dann sind wir nämlich stark, wenn wir in die gleiche Richtung gehen. Und das wünsche ich uns allen. Und jetzt habe ich noch ein Lied für euch und zwar von einem Freund von mir. Das möchte ich jetzt noch anschließen. Der hat ein Lied geschrieben, der Laos sieht das. Internetseite tue ich euch unten im Text mit rein natürlich. Und dieses Lied heißt Time is right now. Also jetzt ist genau die Zeit. Und ich denke eben, das ist richtig so. Jetzt ist auch genau die Zeit, dass wir etwas verändern, dass wir einen neuen Weg gehen. Wir haben jetzt die Chance und die sollten wir nutzen. Und jeder für sich muss überlegen, wie er am besten dazu beitragen kann. Denn ich sehe nicht einen Retter irgendwo, der für uns alles erledigt und alles macht. Ich sehe Unterstützer, ja. Aber Retten, das ist man schon selber dafür verantwortlich. Und jeder für sich muss seinen Beitrag leisten und der liegt ihm im Tun. Und wenn es nur daran liegt, dass er wirklich seinen Fokus auf das ausrichtet, was der ganzen Welt zugutekommt. In diesem Sinne. Pfiat Deich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020